Wir wollen Frieden und keinen Krieg, die Welt hat genug Gelehrten. Keine korrupten Politiker, die sich in Lügen verstrecken. Wir wollen eine Zukunft, die auf Wahrheit basiert. Wo Verhandlungen statt Waffenlieferung regiert. Die Stimmen der Menschen, sie fordern Gerechtigkeit. Ein Ende der Gewalt, ein Ende der Dunkelheit. Lass uns zusammenstehen für eine bessere Welt. Wo Liebe und Frieden unser Handeln erhält. Frieden statt Krieg, das ist unser Ziel. Keine Machtspiele mehr, keine Blutigen Spiele. Verhandlungen statt Waffen, das ist unser Weg. Lass uns gemeinsam gehen für den Frieden, den es trägt. Wir wollen keine Amtführer, die sich kaufen lassen. Die ihre Macht missbrauchen, um uns zu hassen. Wir wollen Diplomatie, die Brücken baut. Eine Welt, die auf Menschlichkeit vertraut. Die Stimmen der Menschen, sie fordern Gerechtigkeit. Ein Ende der Gewalt, ein Ende der Dunkelheit. Lass uns zusammenstehen für eine bessere Welt. Die Stimmen der Menschen, sie fordern Gerechtigkeit. Wo Liebe und Frieden unser Handeln erhält. Frieden statt Krieg, das ist unser Ziel. Keine Machtspiele mehr, keine Machtspiele mehr, keine Blutigen Spiele. Verhandlungen statt Waffen, das ist unser Weg. Lass uns gemeinsam gehen für den Frieden, den es trägt. Lass uns die Mauern niederreißen, die uns trennen. In einer Welt, wo wir uns als Brüder und Schwestern erkennen. Jeder Mensch hat das Recht, in Frieden zu leben. Lass uns diese Vision gemeinsam erstreben. Frieden statt Krieg, das ist unser Ziel. Keine Machtspiele mehr, keine Blutigen Spiele. Verhandlungen statt Waffen, das ist unser Weg. Lass uns gemeinsam gehen für den Frieden. Wir wollen Frieden und keinen Krieg, die Welt hat genug gelitten. Keine korrupten Politiker, die sich in Lügen verstricken. Verhandlungen statt Waffen, das ist unser Streben. Für eine Welt in Frieden, für ein besseres Leben. Für eine Welt in Frieden. Untertitelung des ZDF, 2020